hi ihr lieben ich habe hier wieder zwei neue bilder von gbfke und die schauen wir uns natürlich mal und da schauen wir uns mal zuerst das größere an das ist nämlich 40 x 70 und ich finde das richtig schön das motiv wir mal ich glaube ich muss hier wieder ein bisschen platz machen wir haben nämlich ich gehe mal ein bisschen höher wie gesagt das bild ist hier 40 x 70 hat 40 fahren und ist einfach mal total schön dass es eher so ein sehr viel geld ich finde das ist ein wunderschönes sommerbild irgendwie das noch mal hier so sieht das aus ja also wie gesagt ich finde es ein schönes sommerbild irgendwie mit den farben jetzt kommt leider erst mal der triste winter aber schön schön ja ich bin gespannt wie es wird sehr viele gelbtöne echt mal was anderes und vor allem haben wir hier eckige steine da freue ich mich natürlich sehr 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 schön ja bin ich wirklich zufrieden und ja ich freue mich drauf mal gucken und dann schauen wir uns mal das andere bild an das ist auch ein wunder wunderschönes motiv das gibt es wirklich traumhaft schöne bilder oder motive und zwar guckt euch das mal an wir haben hier 40 x 50 und das ist der oberkracher hier haben wir eine runde steinchen wer in eckig bestimmt noch mal schöner vom endergebnis aber können wir mal darüber reden dass das wirklich traumhaft schön aussieht auch von der pixelung guckt euch mal diese wunderschöne frau mit der katze an das ist ja wohl der oberhammer oder 40 x 50 werden mir 22 farben und runde steinchen mega absolut mega mehr kann ich dazu nicht sagen super schöne pixelung wunderschönes bild und das war's meine lieben ich verlinke euch die beiden bilder auf jeden fall wie immer in der video beschreibung beschreibung schaut gerne mal rein bei gbfke und ich würde sagen bis zum nächsten video habt einen schönen tag bei bei